Hallo, ich bin Olaf aus der Berliner Krankenhausbewegung und arbeite bei der VSG im Vivantes Konzern. Ich habe mitbekommen, dass ihr einen Willenstreik gemacht habt. Eins rauf mit Bappi, ihr habt einen enormen Mut bewiesen, von dem sich so gut wie alle eine Scheibe abschneiden können. Meine Solidarität habt ihr auf jeden Fall. Ihr wollt einen Betriebsrat gründen, macht das. Meine Solidarität habt ihr auf jeden Fall. Ihr habt euch einem gekündigten Kollegen gegenüber als Solidarisch erklärt. Das hört man auch leider nicht oft und ist wichtig in solchen Kämpfen, denn keiner soll alleine stehen. Ich wünsche euch weiterhin viel Mut und Durchhaltevermögen. Auch wir werden weiter kämpfen. Wir werden hoffentlich irgendwann zusammen kämpfen und alles erreichen, was wir erreichen wollen. Meine Solidarität euch gegenüber. Vielen Dank, dass ihr uns das Streiken schon mal vorgemacht habt und dass es auch mit einem wilden Streik geht. Viel Erfolg. Auch bei der Gründung eures Betriebsrates. Viel Erfolg.